Und wir sind jetzt zu Gast bei Dieter Mottl, Fachanwalt für Verkehrsrecht hier in Würzburg. Herr Mottl, was ist denn die wichtigste Änderung zum 1. Mai in diesem Punktesystem? Die wichtigste Änderung ist die, dass nicht mehr alle Delikte eingetragen werden in Flensburg, das heißt mit Punkten belegt werden. Es gibt eine neue Anlage 13 zur Fahrerlaubnisverordnung. Dort steht genau drin, welches Delikt mit Punkten bewertet wird. Für welche Delikte bekommt man denn nun also keine Punkte mehr eingetragen, die bisher mit Punkten belangt wurden? Also wenn ich an Ordnungswidrigkeiten denke, zum Beispiel das Sonntagsfahrerbord für Lastwagen, da gibt es keine Punkte mehr oder Einfahren in den Umweltzonenbereich gibt auch keine Punkte mehr. Bei den Straftaten, ganz wichtig, die Beleidigung durch Stinkefinger gibt auch keine Punkte mehr, bleibt allerdings strafbar nach wie vor, aber es gibt eben keine Punkte mehr. Bisher waren es immer fünf Punkte. Heißt das nun also für den Autofahrer, es wird ein bisschen lockerer alles und man kann sich ein bisschen mehr erlauben, weil es gibt ja keine Punkte mehr dafür? Das sicherlich nicht. Man muss mal wissen, dass im Jahr 110.000 Führerscheine eingezogen werden und man geht davon aus, aufgrund des neuen Punkten zu sehen, sind weitere 5.000 Führerscheine dazukommen, die ebenfalls wieder eingezogen werden. Das heißt also, man muss sich nach wie vor sehr korrekt verhalten. Die Strafen sind außerordentlich hoch und werden sich auch hier nicht ändern. Und es werden ja auch die Bußgelder erhöht, zum Beispiel für Delikte, für die es nun keine Punkte mehr gibt, muss man aber mehr bezahlen. Also es gibt eine neue Eintragungsgrenze von 60 Euro. Das heißt, jetzt werden wir dann gleichzeitig die Delikte, die mit 40 Euro bestraft werden, auf 60 Euro erhöht. Was wird zum Beispiel teurer? Was fällt Ihnen da spontan ein? Also bekannt ist das Handy verboten natürlich. Das heißt, von 40 Euro wird es neuerdings auf 60 Euro erhöht und es wird nach wie vor mit einem Punkt versehen. Nun ist es ja so, dass Punkte auch wieder verjähren. So ist es bisher. Oder man kann sie abbauen durch bestimmte Maßnahmen. Wie wird das ab dem 1. Mai gehandhabt? Also Punkte werden getilgt. Das heißt, Beordnungswidrigkeiten nach zweieinhalb Jahren, bisher waren es zwei Jahre. Bei Straftaten bleiben sie stehen mindestens fünf Jahre oder sogar zehn Jahre. Wer bisher Punkte hat in Flensburg, nimmt der die dann mit in diese neuen Berechnungen? Wie werden die übernommen? Ab 1.5. erfolgt eine Neuregelung. Das heißt, die Punkte, die man bisher hat, werden umgerechnet in neue Punkte. Wer also zum Beispiel 1 bis 3 Punkte hat, bekommt zukünftig einen neuen Punkt. Nun ist das vielleicht kompliziert und so manch ein Autofahrer hat den Überblick verloren. Wie viele Punkte habe ich denn eigentlich aktuell? Wie kann man sich da informieren? Man kann eine Anfrage machen, eine schriftliche Anfrage beim Kraftverkehrsbundesamt unter kba.de. Dort kann man sich einen Ausdruck herausholen, ausfüllen, unterschreiben, Kopie vom Pass beifügen und absenden. Dann bekommen Sie eine kostenlose Auskunft. Vielen Dank für die Auskünfte, Herr Mottl. Vielen Dank für die Auskunft. Ich bin ein Untertitel. Ich bin ein Untertitel. Vielen Dank für die Auskunft. Wie war es denn? Vielen Dank.